Kattee... 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 Määääää, Drescher. Hm, mömm... So. Jetzt, äh, ist sie gerade am Barbecue? Ich bin weg jetzt. Ja. Ich bin da gerade dran. Moment. Äh, ja. Da hat man mal eine leere Flasche und Fett reingedauern. Ja, ja, kein Problem. Dafür ist es ja gedacht. Ja, Benzin. Vielleicht hofft er ja auch drauf, dass das Feuerzeug schmilzt, weißt du, und er dann Plastik hat. Kannst du mich schon mal einladen in die Gruppe? Ach, bist du schon wieder rausgeflogen? Oh, der war doch noch gar nicht drin. Hey, 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 hey. Klar bist du drin, aber. Romyat steht bei mir drin. Nicht Romyat, Michonne. Nein, Michonne. Jetzt hast du Romyat auch noch rausgeschmissen. Der hört mir aber auch nie zu, ne? Der hat generell nichts zu, das weißt du doch. Ich meine, du müsstest du auch schon kennen, dieses Problem. Der nicht so, dass das erst seit gestern wäre. Was, du hast mit mir geredet? Das stimmt gar nicht. Aua, du kleiner Pisser. Hatte dir einen gegeben? Der Romyauf ist es aber nicht sicher. Autschi, da fügt der mir auch noch ne Blutung zu, diese kleine Nutte. Jupp, darum sagte ich ja, ihr dürft die nicht zu nahe. So, Auto ist leer. Hätte ich schon geholt, aber ist egal. Bitte? Hätte ich dann schon zu mir geholt. Was? Ja, das, was noch im Auto war. Da ist nur noch Benzinkanister drin. Ja, ja. Du meinst die Zombies, Abralox, mit der linken Maustasse. Aber ist schon seltsam, wenn du so durchs Fernglas guckst, überall laufen kopflose Seiten rum. Hm, teilweise. Das ist wirklich so. So, dann noch einmal trinken und essen. Hallo Schweinsauge. Ja, nicht immer weg, Freund. Hast du Angst, ich treff dich? Da rennt ein Zombie im Bikini rum. Ach, jetzt weiß ich, wo mein Bikini ist. Na toll. Da rennt echt ein Zombie im Bikini rum. Wie geil. Vom Weiten sieht das so aus, ja. Behaupte mal, es gibt kein Bikini. Ja, das ist die Unterwäsche. Und wenn du näher herankommst und das Bild baut sich auf, ist dann nichts hoher und plötzlich. Mich wundert es halt nur, weil die Zombies weiter weg, die haben alle richtige Kleidung an. Und hier vorne? Also wenn ich durchs Fernglas gucke, stehen sämtliche Zombies ohne Kopf und Schlüppern da. Ohne Kopf und in Schlüppern, ja. Okay. Unterwäsche. Jetzt darf ich dann auch noch Lichter bauen, denke ich mal. Ja. Oh, Romyat, Dingens, Avocat, Hopp. Der willst du wirklich drauf anlegen, dass ich ihn ankotze, ne? Ja. Du sitzt jetzt da vorne, der kann es nicht kotzen. Michon oder Olaf, kannst du mal bitte aufmachen? Ah, warte mal, ich auf, ist okay. Da macht er beide auf. Hallo Schweinsauge, hallo Domani. Geht's zu machen? Ja. Okay, ich mach zu. Okay, bin drin. So, dann ist gleich hier nochmal. Ja, das ist, glaube ich, die letzte Fahrt. Hast du meinen Pfeil, du kleine Bitch? Oh, jetzt wird's wieder nie gelaufen. Ah, jetzt wird's wieder nie gelaufen. Wie seht ihr? Kleine Bodenbälle und schon gejumpt. Wir haben immer, immer, ähm, weißt du, wie, ähm, was ist, äh, na, wie sagt man so schön, abruptes Wenden bedeutet? Ja, während der Fahrt die Handbremse ziehen, ne? Nö, vor der Geschwindigkeit gegen Stein fahren. Ja, das kann uns auch passieren. Das ist nur in diesem Spiel hier möglich. Du fährst voll gegen Stein und drehst dich um 180 Grad. Wie gesagt, das kann uns ja auch passieren. Äh, Romjad hat's am eigenen Leib mit erlebt. Ja, das stimmt. Schaut doch lieber einen Stein auf. Außen nichts. Ach, unbedingt Repair-Kids, ne? Ja, wenn wir Glück haben, bin wir jetzt unterwegs, auf dem Rückweg. Also ich glaube nicht, dass, äh, die Zombies, nur weil wir gerade hier rumfahren, deswegen jetzt so dolle hier sind. Nachts wurden die auf jeden Fall intensiver. Ja, das auf jeden Fall. Aber selbst am Tage hatten wir ja viel hier. Die Patch-Nodes, was du gebracht hast, die jetzt da drinne stehen, äh, tagsüber, spawnen mehr Runner, und, äh, ja, um Getier, also normales Getier, Pre- und so was ist das? Ja, Gummibär. Und, äh, nachts mehr, äh, aggressive und Predator, also Bären und Wölke. Oh, schon wieder, ihr schuld rest, ihr schuld rest in einem Bett. Äh, äh, dann halte ich vorne am Haus da an und dann wirst du mal schauen. Das ist doch nicht sehr weit, dann kannst du auch durchfahren, dann hau ich mich da an der Station im Bett. Echt? Okay, Station, hä? Ja, bei unserem Außenposten. Äh, äh, hier, äh, da wo die Typen standen, ja, da stehen jetzt so zwei Häuser. Tja. Wusch, 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 wusch. Ich fühl mich irgendwie gewaschen. Auch schon komisch, wie sie hier, äh, am Damm die, die, die Basen bauen, ey. Ja. Ja, ähm. Gibt's auch aber beide nicht mehr, ne? Naja, ich weiß. Spätestens in der Beta ist es dann, äh, äh, ein, äh, geschlossenes Gebiet. Also du darfst da nicht mehr bauen, weil das dann ein Eventgebiet wird. Das, das wollen sie auf jeden Fall durchsetzen, und das Eventgebiet am Staudamm. Was machst du denn für ein Krach? Ich hab nix dabei. Doch, warte. Ich hab meine Trolleybananen aufgemacht. Das nimmt er als Ausrede, weißt du? Hm. Das sind wirklich so komisch. Wir waren heute bei Kick einkaufen und da waren so komische von Trolley so Bananen. Das sind wirklich Bananen. Also, aus Zuckerstoff da irgendwie. Keine Ahnung. Ja, kenn ich, kenn ich. Ich muss unbedingt auf Tierjagd gehen. Genau genommen. Weil ich brauche ne Menge Biofuel. Ich möchte gerne entflammbare Pfeile machen. Hä, was ist denn jetzt da weggerannt von uns? Äh, äh, ein Reh. Das ist ja auch wie so ein komisches Jumper. Keine Ahnung was. Ja, das ist ein Reh, das, äh... Ja. Das ist ein Deer. Meid. Ja. Hast du das gesehen? Ich bin dran vorbeigefahren und der Pfeile kann er dagegen. Das war's. Oh, ich bin dran. Ja, ja. Wie gesagt, äh, wenn sie, äh, Zeug braucht, dann... Du haust, äh, übrigen... Im übrigen haust du gerade... Okay. Bei mir war das, äh, also der... woanders, als du hingehauen hast. Nö, der ist schon richtig gewesen. Ja, ich sag mal, du bist drüber weggefahren und der, wo ich ausgeschrieben bin, stand der Wolf noch. Ja, äh, zum Schluss stand der dann auch noch, bevor er verschwunden ist. Horisch. Ich denke mal, die werden jetzt die ersten Tage die, die Bugs sammeln und dann... ein bisschen fixen. Ja, werden sie auch. Ja, der erste Fix kam heute Mittag schon. War hier auch die Ansage, dass das einer der letzten Server-Vibes ist? Äh. In irgendeinem Game war das noch. Ich weiß bloß nicht welches. Ich konnte nicht mehr zuordnen. Mir soweit, ich weiß jedenfalls nicht. Hey, Paladin! Einen Abend! Oh, oh, oh! Meins, 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 meins! Meins, 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 meins! Alles meins! Alle kippen, bumm, daun! Manchmal muss man sich wirklich bücken, da... So, so, kennst du dich mit Auskochnix, ja? Oh, noch was! Ja, so, stöhnt! Stöhne Mann und Söhne. China in einem hohen bekannten Land Was machst du? Ja, wir gucken wegen Munition Gibt es hier auch ein Bett? Ja, hier ist auch ein Bett Ich glaube, wir werden noch öfters anhalten Wie kommt man denn hier rein? Ach, da ist ein Bett Oh, ich will da rein Das ist ein Trafo Ich glaube nicht, dass du in den Trafo reinkommst Manchmal gibt es aber das so Außenposten Wo du auch in so ein Gebäude rein kannst Da liegen ja auch manchmal Waffen Ja, aber nicht hier Ja, okay, wusste ich ja nicht Ich denke, wo ist denn das Bett? Wo meint der das jetzt? Also hier lag keine Munition mehr Sonst normalerweise liegt die Munition hier Liegt meistens für die 380er oder so Ich habe hier noch eine mitgegeben, die kleine Sau Ein Gummibär da hinten Vom Rinner Hier habe ich mal zwei Spieler erschreckt Aber richtig, die müssen sie wirklich in Herzinfarkt gekriegt haben Ich stand da hinten in der eben Garage drinnen Und durch irgendeinen Zufall habe ich plötzlich die an dem kleinen Brunnen da gesehen Und ich stand dann in der Garage drinnen Und habe mit der dritten Person rausgeguckt Bis die in der entsprechenden Position waren Und bin dann voll mit dem Jeep rausgejumped Habe ich bis dahin ruhig verhalten Und dann richtig mit Fee rausgejumped Oh, was machst du? Ja, ja Und der andere, der ist auf der Seite gesprungen Aber die müssen dermaßen einen Schreck gekriegt haben Das erinnert mich in meinen Jugendtagen an so eine Schulung, die ich mal hatte Da sind wir wirklich durch so eine Durch so Dörfer gefahren Weil da wirklich gar nichts gebacken war Und wir wollten das Wochenende auch nicht nach Hause Weil der Weg so weit gewesen wäre Und so weiter und so weiter Auf jeden Fall war da so eine Gruppe Jugendlicher gewesen Wir dachten uns ja, okay Fahr mal nah dran vorbei, Kollege, ne? Kannst weiterfahren Ähm Ja, gemacht, getan Fenster runter, ganz leise Und alle Pulten raus von uns Und die alle zusammengesagt, weißt du? Da stand ein Wolf am Hang Ach, lassen wir Das hier, das ist auch so eine schöne Ecke im PvP hier Im PvP-Servorant Es sind auf jeden Fall einige User eben gewesen Einige Spieler Kalle, weiß ich nicht, ist möglich Ich weiß nur, dass ich vorhin vor dem Patch drauf war Aber es kann schon sein, dass der down ist Wenn du jetzt nicht drauf kommst, ja? Ich hab's jetzt nach dem Patch nicht versucht Also es gibt einiges Server, die down sind Und nicht mehr geöffnet werden Nein, du weißt aber nicht, von was wir reden Achso Weil bei H1Z1 ist das nämlich jetzt Davon redet ja gar keiner Müsstest du mal Also, ähm, ich kann ja mal gucken, ob Sparks da ist Und ihn mal anschreiben Das war immer ein Off-Root-Platz hier Der stand meistens der Off-Root-Platz Und dann neben dem geschlossenen Haus oder so Da stand mal der Pick-Up erst mal Hier stand der Pick-Up Schwab, schwab, schwab Und schon wieder respawnen hier, das ist so nice Du hast Blumen im Auto Ach, das Blut ist bloß, äh, ne? I am blue Da-be-dee-da-be-dein Da-be-dee-da-be-dein Mikrofon muted Mikrofon activated Mikrofon muted Wollt's mich erschrecken Oh, nö Bin ich froh, dass ich so eine leise Stelltaste ins TeamSpeak gebunden hab Scheiß Nieserei, äh Hatschi Ich will da oben nochmal kurz ins Haus Jetzt kommen die ganzen Waffen, ja Ich hab Sparks mal angeschrieben, da soll ich das mal angucken Da kannst du draufhauen, wie du willst, ne? Da passiert nix Mottel, Mottel, Empty Bottle Oh, n Lockerkey Für F4301 Ja, das ist ein Medikid Den hatte ich letztens Okay Dann wollen wir wieder einen Besuch im Krankenhaus machen, wenn wir mehrere Schlüsselchen haben Ach, übrigens, ähm Dass das infizierte Gehirn war Da gibt's ein Rezept dafür Und was kannst du daraus machen? Es fehlt noch, wie steht da? Where is one positive un... was? Unknown received Wenn If one of your items are highlighted your need Also kannst du sie brauchen Microphone activated Für den Chris, glaube ich Aber ich sag mal so, äh, wenn ich jetzt infekte darin hab, also eins fehlt auf jeden Fall Also da kommt bestimmt noch was Ja, aber das kannst du jetzt nicht mehr bauen Warum sollst du dir damit jetzt die Taschen oder eine Kiste voll müllen? Ja, ne, ich sag, ich, wenn ich's hab, dann nur zum Lernen Oh, ein bisschen viele Zombies hier Und dann... Hättest du denn eine Klugscheißersuppe machen? Eine Klugscheißersuppe? Hm Ja, keine Ahnung Haben wir jetzt gerade so in den Sinn Die Hölle ist am durchdringen Äh, aufpassen Hier ist noch was drinne, äh Könnt ihr, dann, äh, habt ihr Platz für eine Waffe? Also mindestens zwei Waffen Deswegen sind die Hunting-Rüffel und die AR dann mitgenommen Welche Kiste? Rechts oder links? Äh, ich bin gerade drinne, linke Seite Muss ich gucken, ob ich eine mitnehmen kann Sagst Bescheid, wenn du raus bist Und ne, und ne Shotgun ist noch drinne Ansonsten zerlege ich jetzt gleich ein bisschen was Ich guck mal, was ich mitnehmen kann Ach, guckst Na, sieht schlecht aus, ich bin voll Solltest du sowieso einiges zerlegen? Also manche Klamotten teilen Ja, äh, dann, äh, nimm den Rest und zerleg den Äh, hast du die, äh, äh, Dinger, weißt du Äh, guckst in die Kiste rein Gehst in das Discovery Ziehst dann die Waffe rüber und discoverst die Und kannst die dann, äh, an dem, äh, an dem Tisch bei euch auseinandernehmen Wut? Das kann man? Also die Hunting Rifle und die Shotgun soll ich da machen, oder was? Ja Und ich glaube, da ist, äh, Hunting Rifle, Shotgun und ne AR ist noch drinne Okay, jetzt habe ich Gunpads Receipts leer in it Genau